Ja, Leute, willkommen zu meinem Tag-Video, weil MyKos mich ja getaggt hatte. Ähm, ja, ich werde die gleichen Fragen nehmen wie er. Ich werde es auch so machen, dass ich nur mit Bildern antworte und nicht einfach nur so labere, das wäre ja voll langweilig. Und ja, fangen wir nochmal mit der ersten Frage an. Was für Spiele spielst du am liebsten? Welche Spiele kannst du überhaupt nicht ausstehen? Was machst du, wenn du keine LPs machst? Wie lange let's playst du schon? Wie würdest du reagieren, wenn Let's Plays in Deutschland verboten werden? Was ist dein Lieblingsessen? Mit was lässt sich dein Wesen am besten beschreiben? Ich will Spiele! Konsole oder PC? Spielst du online-Browser-Games? Bist du froh, dass es vorbei ist? Nö. Ja, Leute, das war mein Tech-Video und ja, ich weiß, es war nicht besonders lang, aber es hat wirklich eine Menge, Menge Arbeit gebraucht, um das Video zu machen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht so lang war und wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet oder einen Daumen hoch oder wenn ihr es nicht gut fandet, dürft ihr natürlich auch einen Daumen runter geben, dürft ihr natürlich auch, aber bewertet dieses Video bitte, weil mich würde schon interessieren, wie das jetzt bei euch ankam und so, egal ob gut oder schlecht und jetzt ist ja nur noch die Frage, wen werde ich taggen? Ich habe mich entschlossen, einfach niemanden zu taggen. Vielleicht sind da jetzt ein paar enttäuscht von, aber es ist einfach so und es war jetzt meine Entscheidung und es kann ja auch nicht unendlich lange weitergehen mit dem Taggen, okay, könnt ihr schon, aber es ist jetzt einfach meine Entscheidung, dass ich jetzt niemanden tagge und ich hoffe mal, ihr seid damit auch einverstanden und ich hoffe auch dir, MyCross, hat das Video gefallen, auch wenn ich jetzt keinen mehr tagge, aber naja, muss man ja jetzt auch nicht wirklich, ne? Ähm, ja, das war's dann von mir, wir sehen uns dann beim nächsten Video, bis dahin! Ja! Ja!